Anja Kanzler Schlafgewohnheiten bei Kita-Kindern Aus der Reihe Die kleinen Hefte als Hörbücher Gelesen von Ursula Berlinghoff und Klaus Fester Ein paar Worte vorab Schlafen Lust oder Frust Wann schläft mein vier Monate altes Kind endlich genauso durch, wie das Kind meiner Freundin? Soll ich Emma mittags eher wecken, damit sie abends früher einschläft? Kann es wirklich sein, dass ein zweijähriges Kind ohne Mittagsschlaf auskommt? Warum schläft mein Kind in der Kita jeden Mittag, obwohl es dies zu Hause nicht mehr braucht? Ist es normal, dass ein Vierjähriger noch bei den Eltern im Bett schläft? Kann man Schlafen überhaupt lernen? Schlafen scheint ein Thema zu sein, das von Anfang an viele Fragen aufwirft Ob zu Hause oder in der Kita Es geht mit vielen Unsicherheiten einher Und kann in Einzelfällen zu Reibungen und Konflikten zwischen Kindern, Eltern und oder Erzieherinnen führen Dabei geht es hier eigentlich um eine der natürlichsten Sachen der Welt Ist doch der Wechsel von Schlafen und Wachsein ein täglich wiederkehrender Rhythmus, der uns alle von Anfang an ein Leben lang begleitet Es handelt sich hierbei demzufolge um etwas, mit dem jeder Mensch Erfahrung hat Und trotzdem bereitet es den Beteiligten im Umgang mit ihren Kindern in den unterschiedlichsten Altersstufen viel Kopfzerbrechen, unruhige Abende und manch schlaflose Nacht Ein Detail, das elementar für ein gesundes Schlafverhalten eines Kindes und später auch des Erwachsenen ist, wird oftmals übersehen Die Müdigkeit Ein Kind, das nicht müde ist, wird zu keinem Zeitpunkt einschlafen können Andererseits werden wir ein Kind, das müde ist, auch nicht vom Schlafen abhalten können Worum geht es dann eigentlich? Das Ziel besteht darin, das individuelle Schlafbedürfnis der Kinder zu erkennen Und sie zu unterstützen, Schlaf und Schlafen als etwas Erholsames und mit Lust Verbundenes zu erleben Darüber hinaus gilt es zu erkennen, wie wertvoll ein gesunder Schlaf für das Lernen und die weitere Entwicklung eines Kindes ist Um in den unterschiedlichsten Situationen angemessen reagieren zu können ist viel Wissen über den kindlichen Schlaf und seine Besonderheiten nötig Hinzu kommt die Notwendigkeit, dass alle Erwachsenen, die mit dem Kind zu tun haben Vater, Mutter, Großeltern, Tagesmütter, Erzieherinnen auf der Basis dieses Wissens sich zum Wohle des Kindes verständigen und an einem Strang ziehen Gleichzeitig möchte ich alle Beteiligten dazu einladen, das Kind und seine individuellen Bedürfnisse zu beobachten Vertrauen Sie darauf, dass jedes Kind viele Möglichkeiten hat, sich mitzuteilen Es zeigt, wer es ist und was es braucht Lernen Sie dies zu erkennen und so dem Kind Schlaf und Schlafen als etwas Schönes und Erstrebenswertes zu vermitteln Hierbei möchte Ihnen dieser kleine Ratgeber ein wertvoller Begleiter sein Sie hörten eine Hörprobe aus Anja Kanzler Schlafgewohnheiten bei Kita-Kindern Aus der Reihe Die kleinen Hefte als Hörbücher Gelesen von Ursula Berlinghoff und Klaus Fester Copyright der Buchausgabe 2016 Cornelsen Verlag GmbH Copyright der Audiofassung 2016 CC Live München Informationen zu diesem und weiteren Hörbüchern finden Sie im Internet auf der Verlagswebsite www.cclive.de Copyright der Audiofassung Copyright der Audiofassung Copyright der Audiofassung